Wie ist es so, das Warten auf Madonna? Lange, sehr lange. Was hat sich getan heute so? Nix. Überhaupt nix? Nicht wirklich, nein. Man steht hier rum, wie vertreibt man sich die Zeit da? Tratschen, telefonieren. Ja, und eine, die Madonna heute fast persönlich getroffen hätte, ist Gabriela Urrabel. Die hat ja nämlich ein Tiendot vorbeigebracht. Ja, und zwar, Madonna, sie hat das Paket aufgerissen und hat geschrien, oh, it's great, und hat versprochen, beim nächsten Mal Windbesuch kommt sie zu mir. Ja, wie geil ist denn das? Ja, das ist total geil. Ja, wie geil sind das? Ja, was he be Comic-Con? Untertitelung. BR 2018 Das ist gut, oder? Das ist gut, oder?